Liebe Freunde, hier ist euer Steinbein. Wir sind zurück bei Victoria 2. Und bevor wir mit unseren Preußen weitermachen, ein Wort zum Spiel. Ich spiele aktuell mit dem neuesten Beta-Patch 3.4 oder 3.0.4 oder so heißt der. Ganz interessant, denn nach Ewigkeiten, ich weiß nicht, bestimmt ein, zwei Jahre ist das her, haben die Entwickler tatsächlich sich nochmal herangesetzt und ein paar Sachen angefasst und gepatcht. Und zwar, ja, das war so eine Art Privatinitiative von zwei, drei Entwicklern, die in ihren Weihnachtsferien tatsächlich in ihrer Freizeit jetzt zwei, drei, vier Tage dafür aufgewandt haben und uns diesen neuen Patch beschert haben, der vorerst noch ein Beta-Patch ist. Da gab es ein paar Probleme, die wurden jetzt auch noch behoben und deshalb versuche ich es gleich mal. Das sind vor allem Bugfixes und ein paar Balancing-Probleme, aber auch ein, zwei interessante Sachen. Ich will euch mal kurz vorstellen, was ich besonders interessant finde. Einmal eine Interface-Sache. Man kann jetzt ganz einfach mit Rechtsklick auf irgendein Land den entsprechenden Diplomatie-Bildschirm öffnen. Das ist natürlich sehr komfortabel. Dann haben sie bei den Krisen was verändert. Und zwar ist es jetzt egal, ich sag mal, auf welchem Kontinent die Großmächte sind. Bisher war es so, dass die KI sich nicht um Krisen gekümmert hat, die zum Beispiel in Amerika waren oder die amerikanischen Großmächte-KIs sich nicht um Krisen geschert haben, die in Europa sind. Das haben sie jetzt verändert. Die mischen sich also auch dort ein. Eine feine Sache, wie ich finde. Dann gab es ja immer regelmäßig diese Wahlevents. Die sind ja eigentlich ganz nett, aber sie kamen doch relativ häufig und sie sind immer auf so einer Staatsebene, also auf so einer größeren Region-Ebene bezogen. Das haben sie verändert. Die kommen jetzt nicht mehr so häufig und sie sind auf das gesamte Land bezogen. Auch das finde ich wichtig, weil sie dadurch an Bedeutsamkeit gewinnen, aber dadurch eben, man wird da nicht zu gespammt mit. Eine sehr schöne Sache. Dann haben sie den Cooldown erhöht, wie oft Krisen ausbrechen können. Eine haben wir schon erlebt. Das ist jetzt nur alle fünf Jahre möglich. Auch vielleicht wichtig. Und dann haben sie einen neuen Mechanismus eingeführt, der so ab 1905 mit der Erfindung von Massenpolitik möglich ist. Nämlich ein großer Krieg, ein Great War. Das ist ein Krieg, der eben durch solche Krisen ausgelöst wird. Der kann zu einem Weltkrieg werden. Dann nämlich bekommt, wenn so ein Great War von einer Seite gewonnen wird, oder wenn sie mehr als 50% Warscore erhält. Ach so, ja genau, so ist es. Also wenn während eines Krieges eine Seite mehr als 50% Warscore erhält, dann wird dieser Great War zu einem Weltkrieg. Zu einem, ja, zu einem Weltkrieg. Und das bedeutet, dass alle Kriegsziele plötzlich nur noch 30% ihrer Kosten, ihrer Kriegszielkosten haben. Und dadurch kann jetzt plötzlich so richtig losgelegt werden. Im Late Game kann sich da also noch sehr, sehr viel durch so einen Weltkrieg dann plötzlich verändern. Denn dadurch sind möglicherweise auch andere Staaten motiviert, dort dann einzusteigen. Ja, ob wir sowas jemals erleben werden, das weiß ich nicht. Mal sehen, wie sich das hier weiterentwickelt. Das ist dazu, ich verlinke euch nochmal die Beschreibung des Patches, der Patch Notes in der Videobeschreibung. So, jetzt aber zu unseren Preußen. Kurz zur Änderung. Wir hatten ja gewissermaßen unsere 48er-Revolution. Und wie in der Realität hat auch Friedrich Wilhelm IV. die, ja, mehr oder minder niedergerungen. Also es war hier sicher etwas dramatischer, als es in der Realität war. Da beschränkte sich das doch auf einzelne Regionen. Aber das Ergebnis war das Gleiche. Also, wir haben die, ja, wir haben die Rebellion niedergeschlagen und haben dann aber im Gegenzug eine Verfassung oktruiert. Das heißt, sie wurde nicht beschlossen. Sie stand also nicht zur Abstimmung in irgendeinem Parlament, sondern wir als Herrscher haben sie einfach eingeführt. Das haben wir gemacht, indem wir ein Parlament hier etabliert haben. Das Wahlrecht, der zeigt nur Landbesitzer, Wahlrecht, das ist zwar ahistorisch, aber man kann hier leider nur Schritt für Schritt das verändern. Ja, und damit ist offenbar diesen ganzen Liberalen der Wind aus den Segeln genommen. Aber dennoch gilt weiterhin mit Friedrich Wilhelm IV. weiterhin also eine sehr antiliberale Position und vor allem auch eine sehr skeptische Position gegenüber der nationalen Bewegung. Also wir werden jetzt nach wie vor keine, ja, als echte Preußen hier keine Handlungen vollführen, die möglicherweise Preußen, ja, zu einem Ende entgegensteuern lassen. Das könnte dann erst mit Wilhelm I. geschehen, wenn wir soweit kommen. Wenn der dann noch Kaiser ist und dann tun wir so, als ob an seiner Seite Bismarck ist und dann diese nationale Politik und der konservativen Vorzeichen beginnen könnte. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Derzeit, wie gesagt, noch Friedrich Wilhelm IV. antiliberal, antinational. Er hat ja sogar die Kaiserkrone abgelehnt, die ihm angetragen wurde als Krone aus der Gosse. Und solche Haltungen haben wir auch. Dennoch hat sich hier was historisch verändert, denn Österreich ist nicht mehr unser Bündnispartner. Im Gegenteil, sie haben sich sogar mehr oder minder offen gegen uns in dieser Krise gestellt. Das heißt, die Heilige Allianz ist sowieso schon aufgelöst. Das heißt, unsere Staatstoktrin ist weiterhin die Allianz mit Russland aufrechtzuerhalten. Natürlich der Kampf gegen den Liberalismus. Aber an unserer Seite empfinden wir eher Großbritannien. Und als hilfreich haben sich auch die Osmanen gezeigt. Ich denke, das sollten wir stärken. Frankreich hat sich durch die Einmischung hier in unsere Krise und dadurch, dass sie sich an die Seite der polnischen Freiheitsbewegung gestellt haben, absolut als feindlich gewissermaßen herausgestellt. Also das werden wir entsprechend auch berücksichtigen. Natürlich gibt es jetzt keinen Kriegsgrund, keinen Aktiven oder so. Wir wollen da auch nichts erobern. Aber Frankreich müssen wir einfach als Gegner betrachten und entsprechend vor allem unsere Außenpolitik so gestalten, dass wir uns absichern und sie möglichst isolieren. Österreich sehen wir noch nicht so gleichfeindlich an wie Frankreich. Aber wir sind sehr vorsichtig geworden und empfinden jetzt zunehmend Österreicher als Konkurrenz um unseren Einfluss in Deutschland und werden jetzt aktiv auch um ihre Einflusszonen in Deutschland vorgehen. Das haben wir auch schon angefangen, wenn ich mich recht entsinne, indem wir in Bayern so richtig losgelegt haben. So, und dann will ich auf ein paar Hinweise eingehen. Einer, der sehr wichtig war, und zwar sollten wir überall, wo wir, halt in Krakow will ich nicht Einfluss gewinnen, weil da die Russen auch Mitbewerber sind. Da wollen wir nicht anecken. Überall in den Ländern, die wir in der Sphäre haben, sollte ich mindestens einen Tick hier anlassen, damit wir ganz langsam und gemächlich auch hier unseren Einfluss dann immer auf 100 bringen. Denn im Notfall, falls wir dort bedrängt werden durch fremde Mächte, zum Beispiel die Österreicher, dann sind wir handlungsfähig. Das ist ein sehr, sehr sinnvoller Hinweis, wie ich finde. So, hier in Bayern haben wir jetzt volle Puller. Da geht es jetzt um die Konkurrenz. Gut, mit Österreich. Mal gucken, ob es uns gelingt, tatsächlich die dort rauszuwerfen. Soweit, so gut, was die Diplomatie betrifft. Dann ein weiterer Hinweis, den ich aufnehmen werde. Wir sind sowieso hier dauerhaft etwas im Minus. Wir haben Verwaltung bei 100 Prozent und haben deutlich mehr Bürokraten, als wir eigentlich dafür benötigen. Deswegen werden wir die erstmal hier auf 80 Prozent runterdrehen, vielleicht langfristig 90. Also, ja, mehr als 100 Prozent Verwaltung kann man nicht haben. Mehr als genug Bürokraten. Na gut, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Vielleicht denkt ja jemand, man kann nie Bürokraten genug haben, aber nein. So radikal sehen wir das jetzt auch nicht. Okay, dann schauen wir uns kurz nochmal hier bei der Politik die Bewegung an. Wir haben hier eine polnisch-litauische Befreiungsbewegung. Die werden wir gleich mal unterdrücken, bevor die irgendwie Ärger macht. Die können wir nicht mehr unterdrücken. Die Jakobiner sind immer noch aktiv, allerdings nicht mehr, weiß Gott, nicht mehr so zahlenmäßig wie damals. Es gibt derzeit auch keine großen politischen Ambitionen. So, bevor wir jetzt weitermachen, muss ich leider noch eine ein bisschen fummelige Sache machen. Und zwar durch diesen Aufstand. Das ist ja so, für diejenigen, die Viktoria nicht kennen, die Einheiten sind direkt verknüpft mit diesen Bevölkerungspops. Also mit diesen einzelnen Bevölkerungsgruppen. Und das heißt, auch Soldaten haben eine tatsächliche, da steht eine tatsächliche Bevölkerung dahinter. Und wenn man nun gegen, zum Beispiel gegen jetzt Rebellen kämpft, auch die sind mit einer Bevölkerung verknüpft. Das können jetzt selber Soldaten sein oder alles andere. Also auch Soldaten können revoltieren. Ja, dann tötet man die ja natürlich zu einem gewissen Teil. Und damit sinkt die Bevölkerung, was natürlich im Übrigen schlecht ist für das Land. So, und bei uns ist es tatsächlich so, dass hier auch Soldatenpops gelitten haben, auch unter diesem Kampf. Ich bin mir ganz sicher, ob wir sie jetzt alle auflösen sollen oder ob wir darauf warten sollen, bis möglicherweise sich Einzelne wieder erholen. Ich meinte hier, das ist noch okay mit diesen 700 und 900. Wir gucken mal ein bisschen weiter rum. Hier sind nur 284 zum Beispiel. Aber die kann ich jetzt, glaube ich, nicht separat auswählen. Ach nee, das können wir hier machen. Die werden wir jetzt auflösen. Dadurch sinkt jetzt so ein bisschen unsere Armee stärker. Das müssen wir dann bei Zeiten nochmal reduzieren. Hier auch nur 200 und 100. Also bei Zeiten korrigieren, meine ich. Da müssen wir dann nochmal eine Umstrukturierung vornehmen. Aber das mache ich nicht jetzt in dieser Folge. Das mache ich dann möglicherweise in der nächsten. Ich denke, wir können dann auch sogar noch ein bisschen mehr aufbauen an Armee. So 771, das könnten die durch Zuwachs auch schon wieder kompensieren. Okay, ich denke, wir können dann ein bisschen in der Zeit schon wieder vorangehen. Schauen wir mal, wie sich unser Budget so einpendelt. Oh, und wir haben eine Wahlauseinandersetzung, denn wir haben demnächst eine Wahl. Ja, das ist, glaube ich, dann die erste Wahl, die bevorsteht. Debatte über Bürgerrechtspolitik. Zwei Debattierer liefern sich in der verqualmten Luft der Stadthalle ein hitziges Wortgefecht. Das Publikum sitzt sprachlos da, als Wörter wie Ausländer, Minderheiten und ethnische und kulturelle Gruppen fallen. Der eine argumentiert damit, dass Einwanderer die dominierende Kultur ihres neuen Heimatlandes annehmen müssen, während sein Kontrahent der Ansicht ist, dass sich Einwanderer ihr kulturelles Erbe bewahren sollten und dass Preußen durch den Zustrom frischer Perspektiven gestärkt werden würde. Hm, naja. Also wir haben hier eine klare Residenzpolitik, Bürgerrechtspolitik. Und insofern... Ja, gehen wir auch in diese Richtung. Lasst sie bei uns wohnen. Das ist, glaube ich, die entsprechende Entscheidung gewesen. So, ich gucke, wie gesagt, ein bisschen aufmerksam hier auf unseren Haushalt, aber der bleibt im Positiven, was erfreulich ist. Und es gibt ein Bündnisangebot von Schweden. Das ist natürlich interessant. In diesem Zusammenhang gab es einen Hinweis, wir könnten Schweden in unsere Einflusszone nehmen. Das ist durchaus interessant, weil sie wirklich sehr, sehr viel Holz haben. Derzeit ist Holz allerdings noch nicht so richtig nachgefragt bei uns, beziehungsweise wir decken unseren Holzbedarf selbst. Wir können uns das mal kurz angucken. Wir haben nicht viel Holz hier. Also hier die drei Provinzen sind, glaube ich... Ne, das ist Belgien sogar. Ja, die drei Provinzen hier, das sind... Ne, das ist Bayern. Dann haben wir nur zwei Provinzen. Na, sowas. Ja, aber die reichen, um unseren Holzbedarf zu decken. Aber hier ist natürlich wahnsinnig viel Holz. Und innerhalb einer Sphäre kann man als erster darauf zugreifen. Das ist der Vorteil dessen. So, aber das ist jetzt nicht der Punkt. Wir müssen uns jetzt mal angucken, was ist los mit Schweden. Sie sind auf Platz 14. Sind, haben keine Verbündeten. Nichts. Ich glaube, die sind völlig unbestritten. Da gibt es auch keine Probleme, wenn ich das sehe. Es gibt bestimmte Einflussnamen durch die Russen. Ja, schauen wir uns das mal an. Haben die irgendwelche Kriegsgründe? Haben sie nicht gegen Schweden? Da müssen wir natürlich höllisch aufpassen, dass wir jetzt nicht in Konflikt mit den Russen kommen. Also eigentlich spricht nichts dagegen, dass wir dieses Bündnis annehmen. Das wird dann so eine Art Ostsee-Allianz. Finde ich nicht schlecht. Finde ich nicht schlecht. Ist dann auch... Also Dänemark haben wir schon in der Sphäre. Okay. Akzeptieren wir. Gut. Man muss immer aufpassen, dass man nicht in irgendwelche unnötigen Kriege schlittert bei diesen Geschichten. So, was wir noch gucken wollen, ist nämlich... Achso, wir haben ja immer noch diese berühmte Schnapsfabrik. Ich will die mal wieder öffnen. Ich will mal sehen, ob sie vielleicht jetzt im Plus ist. Im Moment ja, aber das heißt langfristig noch nichts. Aber interessant ist, hier wird eine Segemühle gebaut. Das heißt, es könnte tatsächlich irgendwann soweit sein, dass wir Holzmangel haben. Wir können uns das direkt mal angucken in der Produktion. Wie sieht es denn aus mit Holz hier? Oh, nee. Wir haben tatsächlich Holzmangel. Da habe ich mich verguckt das letzte Mal. Derzeit ist der Verbrauch deutlich höher als unsere Produktion. Nun gut, das spricht natürlich durchaus dafür, dass wir auch Schweden perspektivisch in unsere Sphäre holen. So, jetzt haben wir noch eine Debatte über Kriegspolitik. Im Vorfeld der bevorstehenden Wahlen spaltet sich die Lage bezüglich der Streitkräfte. Militaristen behaupten, die steigenden Spannungen auf der Welt und das Wettrüsten zwischen den Großmächten seien Grund genug dafür, um die Mannstärke des preußischen Militärs beizubehalten. Andere sind davon weniger überzeugt und sehen die Militärausgaben als Exzesse der Regierung an. Meine Herren, wieso Exzesse? Bitte. Hier sieht man übrigens, wie die Wähler so ticken. Und durch seine Aussagen kann man jetzt die Haltung der Wähler zu diesem entsprechenden Thema verändern, was dann wiederum auch Einfluss hat auf die Haltung der Wähler zu den einzelnen Parteien. Wir sehen, die meisten der Wähler sind pro Militär. Und wir sind zwar keine Hurra-Patrioten als konservative Preußen, sondern pro Militär und dementsprechend sagen wir, wir müssen bei unserer Außenpolitik stets wachsam bleiben. So ist es. Liebe und Kriege. Was für ein merkwürdiger Titel, diese Auseinandersetzung. Ja, genau. Wo ich aber eigentlich jetzt gucken wollte, ist hier, was hier als Projekte gerade läuft. Und zwar eine Konservenfabrik. Das ist interessant. In Schlesien. Konserven. Oh, die ist schon gebaut. Nee, doch nicht. Konserven sind insofern wichtig, weil wir haben noch keine Konservenfabrik und importieren die, glaube ich, komplett, weil wir die nämlich brauchen für unsere Armee. Das ist so ein Teil der Armeausrüstung. Und insofern ist das super gut, dass die entsteht. So, wir haben strategische Mobilität. Bringt Nachschubverbrauch, erhöht sich dadurch. Ja, unsere Kosten damit auch. Aber Eingrabung und Vorstufe. Wir können ein größeres vorbauen. So, wir brauchen neue Technologie. Ich denke mal, wir gehen mal wieder auf Industrie und auswechselbare Teile. Damit können wir die Durchsatz-Effizienz unserer Fabriken steigern. Es gibt einige hübsche Erfindungen, die verschiedene Fabriken, die wir dann auch haben, Handfeuer, Konserven, Schnaps und so weiter, dann bevorzugt. Also, das sollten wir vielleicht mal als nächstes machen. Ich wundere mich, dass wir immer noch im Minus sind. Vielleicht sollten wir doch ein bisschen die Mittelschicht etwas stärker rannehmen. Auf 45 Prozent oder auf 50 vielleicht sogar. 50 ist vielleicht ein guter Wert. Ja, ich mag doch so ein deutliches Plus. Das finde ich schon sehr in Ordnung. So, was gibt es denn eigentlich in der Zeitung jetzt zu lesen? Konflikt verhindert. Ah, das ist die Geschichte, an die ihr euch sicher noch erinnern werdet. Angst in Griechenland. Ionische Inseln. Okay, da gibt es einen Konflikt. Sardinien-Piarmonts Beziehung. Freundschaftliche mit dem Vatikan. Start. Hier sind unsere Siege über die Rebellen. Und Erfindungen interessieren und jetzt nicht so dolle. Wir haben aber Diplomatie-Punkte und die wollen wir ausgeben. Aber erst mal sind Feldbefestigungen erfunden worden. Dies war die erste Befestigungsart, die für die moderne Materialien und Ingenieurstechniken zum Einsatz kam. Diese Anwendung gibt ihnen die Möglichkeit, einen neuen Befestigungstyp zu bauen. Und alle unsere Truppen haben Plus-Eins-Verteidigung bekommen. Was schön ist. So, aber ich war dabei, diplomatisch ein bisschen zu agieren. Ich glaube, wir gehen mal weiter mit Frankreich. Beziehung für besser. Äh, mit Frankreich, ich sage schon. Mit Großbritannien. Wir sind da auf 150. Die wollen wir schon mal ganz eng an uns binden. Als nächstes vielleicht die Osmanen. Schweden nicht zu vergessen. Oh, da sind unsere Beziehungen schon super. Sehr schön. So, irgendwo ist eine Eisenbahn. Nee, die Segemühle ist gebaut. Und wir haben schon wieder Liebe und Kriege. Oh, Pro-Militär durch unsere Intervention ist das ja deutlich. Und die Liberaldemokraten sind antimilitär. Interessant. Ja, wir müssen natürlich wieder... Wir bleiben natürlich bei unserer Haltung. Ähm, Segemühle. Das gucken wir uns gleich mal an. So, das Oberhaus ist zusammengesetzt. Und die Konservativen einen extremen Einbruch. Meine Herren, die Liberalen haben jetzt die absolute Mehrheit da. Im Oberhaus. Wobei, wie gesagt, naja, so richtige Oberhauswahlen gibt es ja nicht. Aber das ist noch ein anderer Schnack. Ähm, genau. Konservenfabrik. Das wollte ich euch noch zeigen. Schlesien ist ein sehr geeigneter Ort sogar dafür. Denn es hat Getreide und es hat Stahl oder Eisen, besser gesagt. Und das braucht man für Konserven. Insofern werden wir das Ding richtig unterstützen. Aber erstmal sind Wahlen beendet und, ja, die Liberaldemokratische Partei hat zum Glück nur 20% erhalten und unsere Konservativen 80% bzw. die Koalition aus konservativen und reaktionären Parteien. Puh, okay. Das ist eine anständige Regierungsbasis. Damit haben wir, ich weiß gar nicht, die nächsten vier Jahre vor uns. Bin mir gar nicht so sicher, wie oft jetzt hier die Wahlen stattfinden. So, und ich wollte das noch abschließen. Wir werden jetzt hier mal ordentlich Subventionen reingeben. Und mit diesen wegweisenden Dingen hier, mit dieser Wahlentscheidung. Die nächste Wahl ist 1852. Ähm, ja. Ja, genau, vier Jahre. Vier Jahre haben wir erstmal wieder die Konservativen weiterhin an der Regierung. Also, insofern können wir guten Mutes in die nächste Runde gehen. Das Jahr 1848 ist angebrochen, wobei dieses Jahr nicht die historische Bedeutung haben wird, die es in der Realität hatte. Das hatten wir schon, war es 1946? Ich weiß nicht mehr genau. Ich bin gespannt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Steinballen.